Du hattest recht. Du bringst nur das Schlechteste in uns hervor. Ja, ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass wir morgen wieder da rausgehen und kämpfen. Bis niemand mehr übrig ist. Genau. Bis niemand mehr übrig ist. Wie viele sind gefallen in den zwei Jahren, die wir kannten? Mhm. Schneider, Dorgalow, Verbinski, Bertok. Hör auf! Es wird erst aufhören, wenn es zu Ende ist. Hast du das noch nicht begriffen? Wir sind menschliches Vieh für die großen Schlachthöfe. Heute sind wir Helden, morgen sind wir Schwein. Das macht doch keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Gott hat uns verlassen. Es gibt nur uns. Kein Scheißgeneral, kein Führer. Nur uns, diese Männer da draußen. Und wenn wir morgen rausgehen und verrecken, gut. Dann soll das so sein. Aber du wirst uns führen. Das erwarte ich von dir. Das ist nicht großartig. Im nächsten Jahr werden hier überall deutsche Höfe stehen. Wird gut gedüngt sein. Mit unserem Blut. Das ist Friedhelm. Mein Bruder. Den alle für einen Feigling halten. Und für den ich mich schäme. Du hältst dich an deinen Bruder. Vielleicht wird ja doch noch was aus dir. Vater, konnte ich dich schützen? Das kann ich immer. Darum habe ich dich noch hart genäht. Was ist mit dir? Der Krieg ist verloren. Das ist sinnlos. Das war ja von Anfang an. Mit dem Missker ist du nur eine beschissene Schande für die Kompanie, sondern auch für deinen Bruder. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt? Das so ziemlich höllisch aus ist. Es reicht! Es reicht! Es reicht! Es reicht! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die einen werden so, die anderen so. Ich weiß es vorher nicht. Nur eins. Keiner bleibt was als.